Ups, Entschuldigung! Was ist der Vorteil? Keine Stolpersteine mehr. Was heißt das denn? Naja, es gibt keinen Regelfall mehr. Kein Regelfall heißt keine Erstverordnung? Keine Folgeverordnung? Keine Verordnung außerhalb des Regelfalls. Voll gut, oder? Ja, und keine Felder mehr, die man ankreuzen muss. Nix mehr, man muss nicht mehr gucken, hat der Arzt jetzt an der richtigen Stelle das Kreuz gemacht, das ist wirklich eine Folgeverordnung. Ja, kein Theater mehr. Gut, also Vorteil? Keine Stolpersteine mehr. Einfach.